GameKeys und GameCards MMOGA Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen Hier oben liegt aber, was liegt denn hier? Geld, 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 Plantine Nimm noch die Plantine mit Hallo Plantine? Plantina Plantina Wo bist denn du, Mann? Ich bin hier Eieieiei Boah, ich hab ein Haar auf der Zunge gehabt Wie großartig hast du das nicht gehört? Doch, das kann Essen, das sind Bären So Okay, hier liegt einer Was ist mit dem passiert? Okay, der wurde anscheinend schon gut massakriert So Ist hier was in der Hütte? Was ist das denn? Ja Ali, ich hab ein Speer gefunden Und Handschuhe? Ne, rote Farbe, was ist das? Hä? Was war das? Komm, was zu mir? Komm her Ich spiele schon mal sehr, sehr gut beim Jukat die Nase des Grauns Ach, das ist die Kokosnase Neh mal da rein, n ducken Liegt da hinten bei dir auch irgendwie so rote Farbe oder sowas? Ne Ne, ja, ja Ah, du bist komplett rot Ah, vielleicht haben wir uns getarnt Ah Das kann sein, dann lass uns vielleicht jetzt in Ruhe Du hast ein Krokodil Was? Wie wie ein Krokodil Hier Alter Ja, hab ich schon gewonnen, was schnappt ihr nach mir? Was? Wo ist das? Ja, der balkt in der Hälfte im Wasser und unter der Welt Oh shit Oh shit Komm, gib mir ihn Oh, oh Ich hörte, wenn du das einmal wischst, sind wir am Arsch Jamin Ah, es war viel Fleisch So Und, du hast alles geklaut Ich kann mal aufteilen Alter, der hat's 1, 2, 3 4 Fleischstücke gegeben Ey, Ali kriegst du den hier auch? Im Koffer? Halt Ey, man muss einfach jetzt rausschwimmen und die Koffer holen So, dann werden wir jetzt mal schauen nach einem kurzen Cut Was hier weiter abgeht Weil wir brauchen mal ein bisschen was Ein bisschen Action kann ruhig mal sein, ne? Kann ich eigentlich den Speer verbessern? Der ist eigentlich Der ist sehr gut auf Long Range Was ist das denn? Ein Schwein? Ne, eine Schlückgrütte Die brauchen wir Tut mir leid, eine Schlückgrütte Ja, ich krieg die nicht raus Kannst du mir kurz helfen? Hä, wo bist du? Hier hinten, die hat den Kopf eingezogen Klopp einfach drauf Lass mich ja dabei Irgendwie ich damage die nicht Wart mal deine Axt oder so Ach, die Schlückgrütte noch mal Glück gehabt Wo bist du? Wie weit bist du denn schon weg? Der rennt einfach ohne mich los Ich erkunde Ich erkunde Okay Ich fühl mir nicht, also Vielleicht fällst du durch die Welt so Und fällst von oben wieder runter Oh ne, nicht schon wieder Wollt es gab mal einen Bug Da gab es eine Stelle Da bist du langgelaufen Aber bist du Die ganze Zeit durch die Welt geflogen Und bist wieder auf die Welt gekommen Von oben runter Und wieder durch den Boden durch Wie quasi ein endloser Aufzug Wir können auch gerne mal ein paar Tipps auch in die Kommentare schreiben Die vielleicht sehr hilfreich wären Oh, Höhle Höhle? Machen wir Äh, machen wir Ja So, dann gehen wir jetzt mal Ladies first, ne? Warte, Moment Sollen wir nicht uns speichern? Ja doch, oh shit Oh, wenn wir jetzt Oh Komm mit Weis Ey, fehlt uns jetzt ein Stock Was, echt jetzt? Hier Ich hab einen Stock Huch Ey, eine Schildkürte Sie hat schon den Korb eingezogen Alter So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal schön speichern Und jetzt können wir in die erste Höhle runter Ich bin echt gespannt Weil in der Höhle sagt mir gar nichts hier Ja, ich auch Dann geh mal vor Oder schmeiß ich jetzt mit dem Speer ab So, dann gehen wir mal runter Oh Gott Jetzt kommt ein kleiner Leg, ne? Immer beim Höhle runter gehen Ach, ich hab einfach Schiff gedrückt Oh shit Das ist nämlich die Hände glühen, ganz ehrlich Ach Die müssen da jetzt auch von Wund sein Warum liegen die hier? Guck mal, hier liegt eine Niere und ein Herz und Noch mehr Herzen Alter Es geht hier lang und es geht da lang Ne, es geht nur hier lang, oder? Dann wollen wir mal Das ist die Ui, über Alter Oh nö, wir brauchen diese komische... Scheiße Können wir hier lang anfangen, vielleicht tauchen? Wir brauchen für die Wand, ähm... Diese Kletterhackse Das komische Haken, ja genau, danke Ja, woher? Scheiße Komm mal, hier ist ein Seil Hä, da muss noch irgendein anderer einen Eingang geben Fuck Das kann nichts sein, komm Das kann ich vergessen, Mann Pfff 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 Ja, dann lass mal hinlaufen. Hast du aber dein Funkgeräte angemacht? Bitte komm hinten. Guck mal, ne kleine Schildkröte. Komme. 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 Ich schreibe die Schildkröte nicht. Muss ich jetzt extra meine Axt raus holen? Weil wir brauchen ja unbedingt Schildkröte im Panzer. Zieh doch nicht deinen Kopf ein. Ja, da stehen zwei Tücken rum. Wo? Hier. Ich komm, warte, ich komm im Speer. Wo sind sie? Was suchst du denn da hinten? Ja, aber die... Die stehen nur rum. Wasch, komm mal. Jetzt greifen die... Bestimmt greifen die mich an. Oh, ja. Die greifen mich an. Rennt zu mir, rennt zu mir. Ich bin hinter dir. Ne, die hauen ab. Die... Die hauen... Alter! Oh, Schad... 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 Nein. Ich wollte scheiße sein. Ich wollte scheiße sein. Ich hab was falsch gegessen gerade hier. Na du? Du geile Schnitte, du. Komm her. Hinter dir. Oha. Oh! Alter! Ali! Doch, ey! Fuck! Ali, Ali, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich auch. Renn weg, renn weg. Alter, mich... Mich kreifen zwei an. Mich drei. Toll, und hier ist auch mal einer. Ihr seht schon, Freunde, äh... Wie der... Renn weg! Alter, wie der mich hier allein lässt. Ich bin doch weggerannt, ich war fast tot. Du Scheiße, du Wichse. Die Schnauze. Ich schmeiße den Speer auf seinen Kopf. Ja, komm her! Nein, Bruder, war... Ey, Bruder, war Spaß. Das ist ein zweites Arschloch. Alter, ich bin... Ich bin gleich tot. Geh weg. Geh weg. Ey, mit dem Speer kann ich schon auf Long Range. Ich... Wir sind dumm, weißt du das? Wieso? Wir haben so viel schon kalt gemacht, ne? Mhm. Und wir machen uns keine Rüstung. Oh mein Gott. Ja, du warst immer mit dem Stock, ne? Ja. Wir haben schon ein bisschen Knochenrüstung angelegt. Alter, die haben gut gedamaged. Die haben richtig gut Damage gemacht. Mhm. Das Laufen war in die Richtung hier. Ist doch wieder da hoch. Hä, ich dachte, du wolltest da runter? Nein, nein, ich wollte hier lang, Richtung Höhle. Oh, okay. Ja. Hier so lang, hier. Da müsste ja quasi hinten auch ein Eingang sein. Was war das denn? Was war das? Äh, was war das? Das Geräusch? Hallo. Hä? Oh, was? Ja! Oh, nö. Ganz ehrlich, Mann. Das war schon der zweite Mal. Allgut, die sind drei. Beim dritten Mal geh ich drauf. Alter, helf mir. Ey, weißt du, was sinnlos ist? Ich hab Medizin genommen, meine letzte Medizin. Und das ist einfach nicht hochgegangen. Ich glaub, das braucht lange, oder? Oh, fuck. Ich bin so gedamaged. Ich bin fast down wieder. Ja. Dann müssen wir vorsichtig sein. Wir brauchen jetzt Medizin. Ach, was? Ihr seht schon, äh, nicht alles läuft reibungslos ab. Wir sind ein bisschen unvorsichtig. Wir laufen in die falsche Richtung. Wir laufen wieder hoch, anstatt in die Richtung zu laufen. Oh, Mann, ey. Was ist denn los mit uns? Sind's die Medikamente? Nur... Dynamids, oder... Aua. Jetzt! Was haben wir denn abgehoben? Dopt-Dynamid? Oder... Ne, Leuchtfacke. Danke, ja. Schade. Oh, guck mal da hinten. Noch ein Teil von dem Flugzeug. Echt? Mhm. Wieso? Da. Ähm... Hoffentlich ist da eine Medizin drin. Obwohl ist da eine Karte drin? Das hört sich auch sofort ab. Aber ich brauch unbedingt Medizin. Ich brauch ganz dringend Medizin. Tu mal die fucking Fackel aus der Hand. Fucking Fackel. Klar, Freestyle. Okay, wir haben ja was entdeckt. Oh, ne Leuchtpistole. Oh, das ist sehr gut. Hell, ist doch der, der man spielt, oder? Der mit dem... Der auf dem... Ja, mit dem... TV-Stars-Wife-Dice. Okay. Wir brauchen... Warte, kann man sich das nochmal anschauen? Warte mal. Penner. Ich brauch... Kann man sich die... Ich brauch Medizin. Ich muss jetzt einfach was essen nehmen. Aber das wird meine... Energieanfang nicht hoch. Ich auch... Keine Ahnung. Es wird Nacht. Wir können eigentlich hier im Flugzeug übernachten, ne? Was ist mit den restlichen Passagieren passiert? Ähm... Drück mal I. Hast du unten auch diese Passagiere... Ja. Ja, genau. Schauen wir mal. Die sind alle weg. Entweder sind die verstreut oder tot oder verschleppt worden. Da ist... Jemand markiert. Sind wir das? Weil der Name steht ja da... Als Erste und als Zweite steht auch nochmal der Name. Kann sein, dass wir jetzt sind und unser Sohn. Setzpasswort... Flug... Uhrzeit... Pupupu... Hmm... Guck wie sein Buch auch so... Yanglaya, 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 Yanglaya. Ich will erst mal lesen, von dem wicket Ich bin ja wirklich fast tot, ne Ah, ach so, das speiert er doch in seinem Buch, ok Oh, ja, ah ja, ich machen auch kurz mal buch rein Blackberries Neig das Handy Hm sind wir ein TV-Star, oder was? ich weiß es nicht wenn du dir jetzt nochmal das Zeug anguckst ich glaube aber schon, weil wir sind ja eigentlich schon sehr bekannt und ausgeregt wir werden runtergeschossen, man will es ja jetzt sehen so, da ist da vielleicht der Real hm sorry, es muss oh, okay, es ist dunkel wir waren zu langsam ich würde sagen, mach einfach mal hier mal einen kurzen Cut wir sehen uns dann gleich bei Tags nicht wieder Leuchtpistole, ich geb dem Molotow-Cocktail boah ah, der ist mal nie renn weg, renn weg renn übers Wasser, renn übers Wasser ey, der kommt was? zum Flugzeug, zum Flugzeug zum Flugzeug zum Flugzeug der ist hinter mir, der ist genau hinter mir spring, renn und spring, renn und spring ich versuch mit der, äh, Dings rüber zu schießen Leuchtpistole fuck fuck, 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 fuck alter, wie der gerade übers Wasser gerannt ist sag mal bitte, dass du Stöcke hast Alter! ey, warte mal, der Baum, der Baum, der Baum dann muss ja irgendwas näher sein, ne erinnerst du dich an das? jahm mit dem, mit dem Baum ja ey, hier sind was, was war das, was war das hier ist ein Koffer haaah Denkst du, sind wir sicher? Ja. Irgendwas war hier in der Nähe von dem Baum. Wenn der jetzt hier reinspringt, dann sind wir am Arsch. Ja, war richtig. Die umzingeln uns halt immer hart. Ich hab ne Idee. Ich muss aber in mein Inventor greifen. Auf mein Inventor. So, ihr Pisser. Wie das Tier hat einfach nicht juckt. Hast du das gesehen? Ey, der ist ganz Wasser gelaufen. Oh, das... Hilft das? Ich weiß nicht. Arnie, ich... Oh, scheiß, ich brauch Hilfe. Fuck. Meiner ist am Zittern, so kalt ist, den Penner. Haut doch mal ab! Alter, wie viele! Wir müssen irgendwas machen, Mann. Das hab ich auch schon versucht. Haut doch... Oh! Was war denn? Weil, weil, beim Kalt ist? Ich glaube, ja. Aber wir sind hier schon mal richtig, Mann. Ich muss nachlassen. Hier war irgendwas an dem Baum in der Nähe. Was war das? Ich weiß es nicht. Ich hab so einen Schiss gerade, ne? Verteidigst du mich kurz, weil dann mach ich kurz ein Feuer. Ja... Dass es wenigstens nicht mehr kalt ist. Hab ich Fleisch? Ich hab Fleisch. Mein Hau, cool. Warte, wie viel? Ja, egal. Arnie... Wie der glotzt. Hau ab, du häss, Digger. Verpiss dich, hier. Oh, echt? Oh, der brennt. Oh, ich glaub, der ist sauer. Oh, oh. Oh! Alter! Ich bin nur gut wie down. Wie der ausgerastet ist. Ich seh nur noch schwarz-weiß. Mach mehr, mach mehr. Baller die ab. Das gefällt ihm nicht so. Nieder, nieder, Gesundheit. Ich finde Gesundheit. Bitte lassen einer der Koffer Gesundheit sein, bitte. Weil sonst bin ich weg. Nee. Ich hab Alkohol. Wirklich ein bisschen Gesundheit. Scheiße. Was war an dem Baum? Das wird mich mal... Ah, Mann. Das ist so geil, ein bisschen, ne? Hier war auch so ein X markiert. Ja, genau. Aber warum? Warum? Was war das? Ja, der war zu gewittern. Richtig geil. Wir haben hier einen Baum gefunden, aber wir haben mal ein Foto gesehen. Da müsste was in der Nähe eigentlich sein, aber was? Oh, war es so, der Baum. Es gab ja noch einen Baum irgendwie auf so einem Berg, weißt du? Ja, aber ich bin mir sicher, das war der Baum. Was ist denn irgendwas? Wasser? Na, ich weiß nicht. Vielleicht war es so ein Höhleneingang, irgendwas. Oder, oder, oder eine Waffe, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwas war mit dem Baum. Was? Ich sehe nämlich nichts. Wasser aber auch nichts. Aber ich bin gleich wieder früh gerackt, ne? Der Baum ist ja auch schon echt auffällig, finde ich. Ja, stimmt. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Kann auch irgendwie schreien oder so. Wir behalten auf jeden Fall den Baum mal im Blick. Wir wissen jetzt ungefähr, wo der ist. Andersrum. Lass mal hier eine Markierung machen. Ja, so, Dede. So, kommst du mit? Wir müssen falsch richten. Wo willst du hin? In die Richtung. Weil von der einen Richtung kamen wir ja. Vielleicht ist hier oben ja irgendwas. Wow, wir sind da, wo wir angefangen haben. Ich dachte, wir einfach da runtergelaufen werden. Weißt du? Alter, nicht dein Scheißernst. Ja gut. Oh Mann ey. Feinig. Aber es ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern. So, speichern. Danke. Ja Freunde, dann haben wir jetzt gespeichert. Wir haben jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Vorher sind wir jetzt ein paar Folgen auf jeden Fall instande gekommen. Was machst du da? Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Zukunft. Ich bin aus. Ich bin der Pass. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Ich bin aus. Ciao. Du kannst auch verabschieden gerne. Ciao.